ja halli hallo ups das da macht mein knöchel knacks die nächste mission wäre jetzt die händlerrettung in blenjiel 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 keine ahnung auf jeden fall folgendes die akademie hat den notruf eines handelsschiffs erhalten das aus dem planeten blenjiel abgestürzt sie wurden aus dem hyperum gerissen als sie auf einen abfang kreuzer schließen wie hieß dieser abfang kreuzer des imperiums victoria keine ahnung das imperium wollte anscheinend seine präsenz nicht preisgeben und feuerte auf das handelsschiff doch die händler schafften es auf die oberfläche des planeten und konnten hilfe rufen so viel wie wissen ist dieser planet unbewohnt klingt nach einem leichten auftrag du solltest den übernehmen können während kyle mit rush unterwegs ist nimm dir ein shuttle lande bei den koordinaten des notrufs von dem überlebende auf und wenn ich auch abgeschossen werde ich meine vielleicht ist ja dieser stelle also dieser kreuzer ja noch da oder was das für ein schiff war keine ahnung sie kann den bild der macht aufbauen und kontinuierlich einzusetzen moment was ist hiermit hat roto in direkter nähe steht die werden nicht nur also besser von den jetzigen attributen sondern die werden auch noch verbessert mit neuen attributen der jesi muss nicht mehr stehen bleiben und halt deutlich schneller die genesungsgeschwindigkeit hängt vom schwierigkeitsgrad ab ach wie geil ist das denn ich nehme diesmal mal den wookie bogenwerfer so das war fun und das kommt ach komm ich möchte mal das ding hier mal zeigen auch wenn ich es nur ein bisschen benutzt habe natürlich ich schütze auch gut gemacht ja sehr toll jäden ich bin da immerhin hallo hallo der macht sei dank dass sie hier sind dieser ort ist ich wollte schon sagen blüsteren das wird es mal weg ja ja was war das in wohnen ja das wird die rettung die habe ich in diesem händler schiff was ich suche ja alter ja also also auf jeden fall ich bin richtig gelandet ich hätte keine ahnung sollen die doch die bälle schlucken verdammt äh solche rettungspission was ich sagen wollte äh flüchtere doch noch lauter äh hallo ist da jemand ja alter das muss doch so sein ich glaube das ist verpackt oder das ist verpackt oder da habe ich überhaupt den dant betreten oder kommen die gleiche ach du heimlich die sind ja wirklich unter der erde keine ahnung ha 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 Hmm, da scheitert was für mich nicht mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, ja, okay. Ich hab doch nur mein Fuß kurz auf den Sand gesetzt. Ach du Scheibenkreiste. Oha. Das kennen wir schon. Ja. Wie recht finde ich in diesem Händler-Schiff, was ich so finde. Nein. Ja, kann sein, aber. Alter. Witzige Funktionen hier auch nicht, glaube ich. Mama mia. Ja. Witzige Funktionen. aha geil funktioniert ich muss dich also nur mehr mitteuschen schoko kugeln gut dann naja ok ok lass mich halt mit der wahre da ist was laus ok sollte ich nachher blitz ausprobieren ja ist bisschen besser das ding konnte was noch mal boing 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 hihihihi wie lustig ok zurück zu den kanaden mach ich vielleicht etwas probieren huch ja na weißt du noch wer will noch wer hat noch nicht ja 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 Das ist schon gut, Mann. Oh, Moment. Ich habe doch Detonations-Packs. Genau. Nein. Warto. Ach so. Na, komm her, du Hier sollte ich sicher sein Hmm, gut, das habe ich mir anders vorgestellt Oh Hmm, hmm, hmm Hmm, 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 hmm Ich rechne einfach mal 7 Minuten drauf. Gut. Ach, ich sollte vielleicht das Fack untersuchen. Ja, haha. Ah. Wenn ich nur wüsste, wo die sind. Hap. 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 Ah, ich konnte kein Schubeln. Hap. 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 Der Energiekompeter sollte nützlich sein. Einfach zu verlocken. Wow. Emerg... Ähm. Näh. If emergencies and play glass. I have a ZITI. Hap. Hap. Guten Appetit! muchacha so was kann ich hier mit oh wie cool ist das denn ach so das war es auch schon oh und das scheint was zu trennen ha ha mensch das wird dir doch endlich schmecken also gott bist du dämlich oh ich hab ihn auch an oh wie gut dass ich den Baukaster mitgenommen habe oh dammit ah 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 oh oh ha ha jetzt war das nicht voll ein Stein oder so auf dem bäm 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 aha 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 So, ich denke, ich denke, ich denke. der mit der Prühe hat okay hehehehehe oha wie viele seid denn hier? alter bon appetit damit hat die zweite gelockt glaube ich aha aha eine empfehlung vom chef knallerbsen gut das waren die ortsansesigen jetzt ich speichere mal wieso zum teufel wird mir das ding denn gehighlighted wenn wenn ich es nicht nutzen kann okay hmhmh warum eigentlich ah Ah, ich verstehe. Ich hoffe, es munnen. Ah-ha! Schnell, bevor es kalt wird. Ah, du bist aber ein sehr wederischer Esser, was? Oder einfach nur schlau? Ich hoffe nicht. Gut, noch irgendwo Kanaten? Nein! Aha! Piu, 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 piu! Ah, ja. Kann ich hier hoch? Nein! Äh, nein! 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 Oh, was soll das denn? Sollte ich wieder auf der Tisch? Und irgendwie darüber. Ah, ich sehe schon. Ah! Ah! Eps! Oh, das Ding versinkt hier! Ah! 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 Na mit die Speicherung mal... wieder! Als awesome! Alter! tja er hat sich so ein level ausgedacht hehehehe ok das scheint auch nicht das richtige teil ich denke ich vor ihr seid hier gestrandet auf so einem planeten wo sich der sand einfach nur verschlingen kann verschlingt das sollte ich sagen ich habe mich in so einem ding hier würde ich einziehen wollen wenn ich auf so einer insel gelandet wäre ja gibt es hier warum bin ich hier oben nein falsche taste hä okay muss ich vielleicht OMG ich kann vielleicht ouch ich kann vielleicht nur ein ding gleichzeitig tragen ok ok moment ah ja nicht dass ich es mir jetzt hier schwerer gemacht habe ja ich war schon richtig ach jetzt darf ich nochmal laufen nein entschuldigung ich hatte ja ich bin auch mit begrenzten intelligent ne am arm äh am am popo pupse aha wo wird das ding dahin alle alle hopp aha hop 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 alle hopp los auf den totenstern baustein ok dieser dämpfer sollte zu meinem hyperantrieb kompatibel sein ja sollte ho soll nicht sollte sondern soll befehle es ihm und springe vorbei ich glaube ich sind mehr Würmer als Granaten würde aber auch so machen wovon erlernen sie sich denn eigentlich von ihres kleichen zu nur als kleiner sind boah nein ach ich dachte schon es kommt nicht auf die größe an sondern auf die technik hehehe so das war so ein ding ne okay es ist eigentlich schon zeit für ein vollende aber ich glaube das mache ich jetzt zu ende ich habe es ja etwas fertig nicht haltet das ach egal halt 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 aber es ist auch die energiekoppelung die ich für den beschleunigungszirpec Also ganz ehrlich, die Verstecke würde ich hier nicht unbedingt suchen wollen. Oh, da geht einem voll die Düse aber echt. Oh, na gut. Hep, 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 hep. Oh, eigentlich ist das schon voll, aber egal. Ach, ich habe sogar Leben verloren. Also danach mache ich eine Aufnahmepause. Und dann fange ich mal an zu schneiden. Himmel. Hilf. Nehmt das, ihr... Ihr Viecher. Nein, sollte passen. Mhm. Ah, dann bin ich hier. Hab ich doch genaten? Nein. Nein. Ohohohohohohohoho. Wenn ich zu wenig rede, schuldigung, dass ich hier, ähm, ne, ich bin beschäftigt, abgelenkt, keine Ahnung, noch noch besseres zu tun. Oh, so das wird mir jetzt passen, oder? Bitte. Oh, ist da vorne ein Versteck drauf oder so? Ich habe keine Ahnung. Will ich es wissen, ich weiß nicht. Nurgi ist der Katze tot und es wird Player. Alter, halt jetzt. Sie können immer nur einen Schiffsteil tragen. Ja, schön. Ich wünsche eine Energiezelle und bringe sie zum... Schön, Kontrollpunkt. Jetzt, was? Energiezelle. Aktionen. Oh. Ach, wie gut, dass mir das mal hier jemand... Okay. Ja. Äh. Das schaue ich mir in der nächsten Folge an. Oh. Eine Energiezelle soll ich noch finden. Ah, das Ding. Oh. Ach, komm. Ich habe fast... Ich mache jetzt hier Speedrun. Halte mich aber ein bisschen... Du musst doch das... Steht. Mach es.'" Ah. Nein. nein 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 meine güte johannes oder jayton wie auch immer du heißen mir fehlt das sauerstoff zum denken atmen keine ahnung so hoch ist die energiezelle weil sie nicht da hinten oder so damit ach ich weiß wo sie waren hier war auf der anderen seite toll springer ich frage mich wie ich die folge da das nennen sollte aha hätte ich doch wohl gerne aha muchacho ja toll schön so 20 minuten plus 7 27 eine halbe stunde wird eine special folge am besten nachts schaut dann ist es noch kurviger bitte das muss doch jetzt alles sein eine folge lange rumspringen ich frage ich frage mich wie wir wo auch ich gesprungen bin junge na ja bitte das sind keine felsen das ist ein einziger handler so als hätten die sandgräber sie alle erwischt verdammte zum glück bist du heil wieder zurück wir informieren coruscant diesen planeten als gefährlich einzustufen schön 243 sprünge sechs plätze 0 marage ausgeschaltete feinde nein aha ich hätte mir kanaten mitnehmen sollen ja gut wir hören noch schnell was da sagt das war gut jaden du bist für die nächste stufe des trainings bereit aber wir hätten auch noch eine andere mission denk dran in jeder mission kannst du mehr über das leben eines jedi erfahren tolles leben von Würmern gescheucht zu werden weiter ja rage ah ok ja in der nächsten folge corellia äh so oft habe ich mich doch nicht bei darkworld erschreckt auf jeden fall danke fürs zuschauen ich hoffe ihr habt noch die windeln trocken und schön dass in dieser folge die macht mit mir war naja bis auf den anfang da wo ich nur den zeh auf dem sand hatte und dann schon njam 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 gewummt wurde wie ist das spiel nochmal Worms genau Worms da hier wo sich Würmer gegenseitig bekriegen runden basiert mit kanaden oder knarren die Würmer dann ne ah danke fürs zuschauen ciao